Freunde, gut, lauter, der beste Unterhaltung. Bevor es gleich hier mit dem zweiten Teil losgeht, schreibt mal ganz fix in die Kommentare, welches der vier Jobs wir hier in der nächsten Folge machen wollen. Verkehrsstraße haben wir ja gerade schon, das müssen wir nicht nochmal machen, aber keine Installation, Teichanlage, auch wenn es so 25.000 bringt, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, können wir gerne machen. Für 600.000 Parkplatz oder ein Familienhaus, aber wie gesagt, egal ob 25.000 oder 600.000, ich glaube alles wäre irgendwie interessant, im Gegensatz jetzt nochmal eine Verkehrsstraße zu machen. Also, viel Spaß beim Video. Ja und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Spiel bei Bausimulator mit dem zweiten Teil, unseren Jobs Verkehrsstraße. Wir müssen gerade Kies holen, aufschütteln, liefern und am besten verteilen, das haben wir schon mal gemacht. 53% Kies haben wir schon mal geholt, wir holen jetzt mit den Lasten noch ein bisschen mehr Kies und werden wahrscheinlich Planierraupe oder wie das heißt, werden wir das Ganze noch ein bisschen verteilen. Also, los geht's. So, rückwärts. Und, auf geht's. Alles mitgenommen. Ich habe im Übrigen mal so ein bisschen überlegt. Ich werde auf alle Fälle das jetzt mal so machen, dass wir um 4 Uhr im Spiel anfangen, unseren Job zu beginnen und dann bis abends 20 Uhr oder so arbeiten und dann versucht, daraus eine Folge zu machen. Denn, ich bin der Meinung, äh, warte. Ah, jetzt. So. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir dadurch, ja, eine gesamte Folge im Hellen immer zustande kriegen, weil im Dunkeln, ja, ist immer ein bisschen doof, man sieht nicht so viel und irgendwann muss auch der beste Bauarbeiter der Welt auch irgendwann schlafen gehen. Gut. Kies haben wir jetzt ausreichend, fahren wir wieder zurück zur Baustelle. Gut. Also, wir werden einfach das jetzt wieder, Alter, ausschütten. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen müssen. So. Fahren wir mal bis zum Ende hier. Und jetzt einmal kippen. Alter, komm. Ah, jetzt. Und, was haben wir am Ende? Wir haben jetzt schon mal... 89%. Ich fahre einfach mal rüber. 90. Ne. Uns fehlt wirklich noch ein bisschen was. Oh. Voila. Oh, könnte schon mal passieren. Ähm, ich hab mir überlegt, was habt ihr eigentlich davon, wenn wir vielleicht so eine kleine Arbeitsvorbereitung machen vor jedem Job oder beziehungsweise nachdem wir den Job angenommen haben. Das war wirklich jetzt nicht direkt, äh, alles per Schnellreise an den Ort bringen, sondern wirklich alles, äh, ja, minutiös mit einem Schwertransporter wirklich von A nach B bringen. Das war alle Sachen schon mal vorbereiten. Weil ich arbeite hier wirklich sehr viel mit Schnellreisen, aber ist ja auch vielleicht nicht immer Sinn und Zweck der gesamten Sache. Brauchen wir eigentlich so viel Kies? Naja, ist egal. Oh. Gut. Baumaschine ist voll. Zurück geht's wieder... ...zum Bauer. Ja, und auf geht's. Einmal wieder kippen. 100% haben wir schon mal. Und die markierten Bereiche sagen wir gleich räumen. Warte, ich werde euch den restlichen Kies hier ausladen. Und dann fahren wir mal kurz hier raus. So, Kies verdichten. Ich denke mal, da werden wir auf alle Fälle wahrscheinlich mit so einer Planierraupe unterwegs sein, bin ich der Meinung. Dafür gehen wir jetzt einfach mal auf Jobs. A drücken. Erdbauweizen. Ach, das brauchen wir. Alles klar. Einen von den beiden, äh, von den dreien, vier, fünf, sechsten, ist ja egal. Das heißt, wir fahren jetzt mal, oder wir springen einfach mal ganz fix zum Händler. Werden die mal kurz betreten. Und werden uns dementsprechend was holen. Nehmen wir uns einfach mal... Nein! Ah, nicht kaufen. Mieten. Ja. Bin ja mal gespannt, ob wir wirklich alles minutiös versuchen müssen, es irgendwie zu verteilen. Weil alles gerade auf dem Haufen ist. Und die Fläche, die wir wenn damit ausschütten und bedecken müssen, die ist doch ziemlich groß. Ach, die wurde schon, äh, fachgerecht verteilt. Wir müssen die anscheinend jetzt nur noch platt machen. Also, ja, gut verdichten, der macht's ja auch Sinn. Okay, dann positionieren wir uns schon mal perfekt. Ja, das sieht, glaube ich, hier ganz gut aus. Ich glaube, wir müssen noch hier irgendwas drücken. Ja, okay. Es geht los. Jetzt fahren wir die ganze Bahn hier erstmal schön ab. Das kann aber natürlich ein bisschen dauern. Guck mal, man sieht denn so schön, wie platt es da gemacht wird. Ja, guck mal. Oh, sieht das cool aus. Und dann wird wahrscheinlich nochmal Asphalt am Ende rüberkommen. Schön in der gelben Linie lang. Achtung, Achtung. Sehr schön. Die erste Bahn ist geschafft von, ich würde mal sagen, acht Stück. Und jetzt immer schön der gelben Linie hier entlang. Oh, einfach herrlich. Guckt euch das an. Das wird immer so extrem interessant. Was am Ende daraus wirklich wird, nach und nach. So, jetzt noch ein bisschen positionieren. Und weiter geht's. Also, ich denke mal, drei Bahnen müssen wir noch fahren. Und ja. 85% bisher schon mal. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, ihr müsst das natürlich jetzt nicht perfekt hinbekommen. Ich denke mal, zu 95% muss es gut sein. Der Rest ist egal. Am Ende habt ihr es trotzdem geschafft, eure 100% zu erledigen. Wir fahren jetzt noch zwei Bahnen insgesamt. Oh, dann ist es nämlich auch schon geschafft. Also, wieder verdichten. Und weiter geht's. Oh, ein bisschen zichter gefahren. Aber jetzt haben wir schon mal 100% geschafft. Den markierten Bereich wieder einmal räumen. Da können wir ausschalten. Und ich denke mal, jetzt müssen wir ans Asphaltieren gehen. Ja. Asphalt auftragen. Asphalt verdichten. Dafür haben wir ja schon mal den. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir brauchen nur noch Asphalt. Wie war denn das gewesen, ey? Dafür gehen wir wie immer mal. Ich denke mal, wir brauchen nochmal ein extra Fahrzeug. Gehen wir kurz mal hier hin. Ah, hier, guck mal. Den brauchen wir. Hol ich jetzt nur mit dem Asphalt? Ja, wahr? Nee, mit dem tragen wir das auf. Ich glaube nicht, dass wir noch was brauchen. Also, wir brauchen, glaube ich, noch was weiteres, um den zu befinden. Das ist so ein bisschen wie beim Betonieren. Gucken wir uns mal kurz umgucken. Also, einmal betreten. Erstmal brauchen wir den hier. Den mieten wir uns einmal. Gut. Ich glaube aber, mit dem können wir es auch abholen. Glaube ich zumindest. Aber es kann auch sein, dass es doch nicht der Fall war. Denn hat beim letzten Mal nicht geklappt. Aber es kann auch sein, dass es beim letzten Mal nicht geklappt hat, weil wir es nicht gebraucht haben. Ach, siehste. Guck. Falsche Maschine. Okay. Das heißt, wir brauchen, oder brauchen wir nur den hier. Hier, Asphaltkipper. Ach, Muldenkipper. Hier, Asphaltkipper. Ah, okay. Wahrscheinlich nochmal extra Spezialbehälten. Äh, gibt es eigentlich das wie, warte mal, wie leidet mal den hier aus? Das würde mich mal interessieren. Mich würde nämlich mal folgendes interessieren. Ob wir mit unserem Asphaltkipper denn auch einen Anhänger ansetzen können. Und dann können wir unseren, äh, Asphaltdingsterbumster, du weißt schon dort, Streuer, äh, da aufladen. Dann können wir den gleich mal mitnehmen. Das heißt, einmal rückwärts einparken. Oh. Scheiße, das habe ich für 13.000 befüllt. Aber ich habe ihn befüllt. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist aber, glaube ich, viel teurer wahrscheinlich. Wir können ja mal gucken, was kostet das eigentlich. Also das ganze Befüllen hat jetzt so 13.000 gekostet. Jetzt habe ich den Anhänger umsonst geholt. Aber ist auch egal. Wir machen mal eine Schnellreise dorthin. Ich bin der Meinung, leeren wollen wir ihn nicht. So, da ist das gutes Stück. Also, den kippen wir, den kippen wir, wa? Gut, dann machen wir es einfach doch ein bisschen anders als der ist richtig doof gelaufen. Wir fahren mal kurz hier an den hier ran. Dann machen wir gleich eine Schnellreise. Und dann machen wir es einfach ein bisschen anders als der Schnellreise. Perfekt eingeparkt. Und dann, mal gucken. Ich bin dumm. Egal, kommen wir nochmal. Wie war denn das jetzt hier gewesen? Ah, hier, so war das. Also, manchmal klappt dieses Kippen komischerweise. Ich habe es schon mit dem rechten Stick ein bisschen hantiert. Aber das hat dann, finde ich, ganz geklappt. Boah, warten wir mal, bis der jetzt hier komplett leer ist. Der eine scheint jetzt hier voll zu sein. Mit dem können wir jetzt eine schöne Schnellreise machen. Und ich denke mal, genauso wie bei den Kies haben wir auch hier, jetzt, oh, stimmt, Kettenantrieb, wenn wir auch hier dran drei Anläufe probieren. Ja, ich denke mal, genauso wie bei den Kies haben wir drei Anläufe benötigen, um hier erstmal alles zu füllen. Was ist jetzt hier los? Wo bleiben wir hängen? So. So. Das ging, glaube ich, alles nach hinten, wa? Schalten wir mal ein. Und dann fahren wir noch ein bisschen hier weiter vor. So, jetzt geht's los. Ah, es geht ja wieder hoch. Warte mal, wir müssen, wir müssen noch ein bisschen weiter vorfahren, in dem Bereich, wo wir das ablegen müssen. Kettenantrieb ist aber auch immer ein bisschen Käse, ey. So, jetzt haben wir eine gute Breite hier erwischt. Das haben wir hier einfach schön entlang. Wie mit dem Kies, 13, 14 Prozent haben wir jetzt schon mal. Also müssen wir auch noch ein paar Bahnen fahren, müssen wir das erstmal hier vollkriegen. Oh, ey, fahren wir mal so eine Kurve herum, wa? Jut. Dann müsst ihr wahrscheinlich jetzt gleich wieder hochfahren. Und jetzt kommt die nächste Bahn. Genau, jetzt ist er wieder hoch. Ketten wir mal hier so ein bisschen. Und dann geht's richtig schön weiter hier. Okay. Verdrehen wir jetzt mal einmal. Den befüllen wir jetzt gleich wieder. Den müssen wir wahrscheinlich trotzdem noch mal Asphalt abholen. Den kann man hier rüberfahren. Ist ja bestimmt nicht so schlimm. Bin letztens schon mein E-Scooter über, äh, nicht allzu frisch, äh, belegte Asphaltstraße gefahren. Aber es war trotzdem anscheinend ein bisschen schon warm gewesen. Hat doch gedampft. Hab ich erst gar nicht gesehen. So, ich geh jetzt mal ganz stark davon aus. Wir brauchen noch eine Ladung. Die holen wir uns gleich mal. Und dann achten wir oben mal auf das Geld. Wie viel wir denn jetzt dafür ausgegeben haben. Weil das eigentliche schnelle Befüllen kostet 13.000. Aber ich denke mal, es wird günstiger sein, wenn wir es dann persönlich abholen sollten. Boah, das ging aber. 8.000 bis 7.000 hat mir das gerade mal gekostet. Also knappe 8.000. 5.000 Euro weniger. Gut, also frisch Asphalt haben wir. Der ist auch noch ein bisschen beladen. Das heißt, wir können jetzt damit noch ein bisschen weiter fahren. Also fahren wir jetzt hier noch die Wege entlang. Jut. Aber ordentlich befüllt wieder. Wird wahrscheinlich wieder mit ein bisschen mehr Geld ihn doch noch mal automatisch befüllen lassen. So richtig gleichmäßig sieht es aber jetzt auch nicht aus. Aber ich denke mal, mit der nächsten und letzten Bahn damit müsste es eigentlich reichen. Weil wir haben jetzt immerhin schon mal ein Dreiviertel. Also 75 Prozent. So, einmal drehen. 92 Prozent haben wir damit auch schon. Das müsste jetzt hier aber locker reichen. Oh, opa la. Ein bisschen sehr forsch gewesen von mir. Und weiter geht's. Ja, geschafft. 100 Prozent geschafft. Jetzt müssen wir ihn noch verdichten. Das frage ich mich ja tatsächlich. Wir können erstmal den, glaube ich, jetzt hier weg machen. Dann müssen wir einfach nur in unseren Fuhrpark gehen. Und dann machen wir den mal hier auf zurückgeben. Ah, ist eine Erddingsterwumse. Siehste, doch falsch gewesen. Den kann man weggeben. Das ist unser. Den kann man weggeben. Den kann man weggeben. Den kann man weggeben. Und dann müssen wir nur noch laut Karte wieder einmal zum Händler. Da können wir mal betreten. Und jetzt brauchen wir eine Asphaltwalze. Eine kleine. Haben sie auch eine große hier? Hier ist eine kleine. Ich glaube, manche hatten aber auch eine große gehabt. Nee. Na gut. Nimm mal einfach den hier. Einmal mitten. Und gut. Ach, stimmt. Hier können wir ja wieder lenken. Ist aber auch mickrig. Dann gehen wir jetzt zum letzten Schritt über. Nämlich das Ganze hier verdichten. Ich denke mal, dann wird es auch schon fast gewesen sein. Wir haben es jetzt gerade 17.30 Uhr hier im Spiel. Verdichten. An. Geht doch nicht. Jetzt aber. Ja, das geht auch wesentlich schneller hier mit dem Verdichten. A fährt er generell ein bisschen schneller. Und B sind wir ein bisschen eleganter und agiler unterwegs. Sie können nämlich ein bisschen besser lenken als mit dem ganzen Kettenantrieb. Aber es wird auch ein bisschen dauern, wa? Die eine Bahn haben wir jetzt so wahrscheinlich am Ende so 15, 17 Prozent. Also ein Sechstel ungefähr, wenn überhaupt. Das ist die Frage, wa? Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wird ihr jetzt auch die ganze Bahn hier so wie ich immer längst hin und her fahren? Oder würdet ihr vielleicht kurze Strecken gehen? Gerade weil der da in so eine Kurve bin. Das war erstmal in diesem Bereich komplett zu machen. Und dann hier. Dann müssen wir nicht so oft hin und her fahren. Ich probiere es mal aus. Ich mache mal hier so ein bisschen klein, klein. Dann muss ich nicht mal um die Kurve hier fahren. Also das Verdichten, äh, das beansprucht wirklich sehr, sehr viel Zeit. Aber wenn wir es sogar schaffen, war es der letzte Abschnitt auch für heute gewesen. Aber es kann sein, obwohl ich weiß nicht, ob wir auch Straßen markieren hier. Davon habe ich jetzt nichts sehen können in Sachen, äh, Maschine. 82, 83 Prozent. Zwei Bahn müsste noch knapp fahren wahrscheinlich. Da haben wir ja noch ein bisschen die Kurve mit. 94, 95, ja, haben wir gleich geschafft. Dann siehst du, die mittlere, die jetzt noch offen bleibt, die brauchen wir schon gar nicht mehr. Die fahren wir vielleicht höchstens einmal an. Aber wir sind jetzt schon bei 97, 98, 99. Sehr schön. Und haben wir geschafft. So, Baustelle räumen. Äh. Oh, warte mal, wer steht denn da? Hey, wer bist du denn? Hallöchen. Okay. Gut. Kenne ich nicht, äh, bestimmt den hier noch, wa? Gut. Äh, sprich mit dem Vorarbeiter. Das war jetzt der hier gewesen. So. Moin. Chefchen, was gibt's? Das war's gewesen. Verkehrsstraße, Auftrag abgeschlossen. Pünktlich zum Feierabend, fast um 20 Uhr, wie ich es ja so ungefähr gesagt habe. 21 Uhr, na gut. Ist ja fast dasselbe. Und wir haben ordentlich Geld kassiert dafür. Obwohl es eigentlich sich noch so ein bisschen Grenzen hält. Aber stimmt, wir kriegen ja... Ach, Verzeihung. Wir kriegen ja immer, wir kriegen ja nicht das Ganze am Ende, sondern wir kriegen ja immer für jeden Abschnitt ein bisschen Geld. Gut, Freunde, guten Laune. Wir gucken uns jetzt nochmal zum Ende hin den nächsten Job an. Und da könnt ihr... Ein holpriger Start. Ne, das wollte ich jetzt hier nicht machen. Äh, da könnt ihr sehr gerne entscheiden, was wir machen. Also Verkehrsstraße würde ich jetzt nicht machen. Wir haben noch hier Verkehrsstraßen. Wir haben sehr viele... Warum habe ich so viele Verkehrsstraßen jetzt hier auf einmal? Äh. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, können wir das irgendwie ändern? Ne, jetzt mal ganz ernsthaft. Ich werde jetzt nicht nochmal gerne hier Verkehrsstraße machen. Wir machen mal folgendes. Ne, warte mal. Wir gehen nochmal hier. Wir können nämlich auch aktivisieren. Ah. Puh. Wollte ich gerade sagen. Okay. Ähm. Ich würde mal sagen, ihr könnt euch mal entscheiden zwischen Kanalisation, Teichanlagen. Auch wenn es so 25.000 bringt, schreibt es mal gerne. Parkplatz können wir gerne machen für 600.000. Oder aber auch einem Familienhaus. Schreibt es mal gerne in die Kommentare und dann machen wir es gerne und dann fangen wir wieder morgen früh an. Also in diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssi Koski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.